ARD Text im Auftrag von Funk Voll hol, und ihr seid gar nicht tot. So, damit hältst du mir Glück zurück zu. Oh, ich will jetzt ein kleines Mal noch starten. Wie, jetzt einfach labern, Alter. Hört auf zu reden! Ne, helfe! Guck mal, das hat denen einfach gar nichts gemacht, ne? Weißt du, der ist mitzart. Außerdem trägt der so ne schutzigere Weste. Aber der trägt immerhin Arm frei, weißt du? Noch mehr Sprengminen, dann Giftminen! Ich versteh ja, wenn ich diese Leute, die in einer Zombie-Apokalypse immer so baufrei und so trage. Ich versteh ja keine Leute. Ich versteh ja kein Russisch. Warum redest du hier einfach mit Trevor Rogers? Giftmine, Schallmine, Sprengminen, 22. Was machst du hier? Ich wollte von denen was kaufen eigentlich, aber auf einmal... Nein, ich möchte keine Cola. Nein, ich will doch nichts. Ich will doch gar nichts. Äh, was für ne Quest machen wir denn jetzt? Ja, die ich angenommen hab gerade. Pump up the volume. Alter. Und zwar, pump up the volume. Jetzt hab ich den erst verstanden. Okay. Der ist ganz schön funny. Pump up the volume. Oh Gott. Posner. Hast du gerade gesehen, wie ich vom Zaun abgeprallt bin? Ja. Hast du gesehen, wie Sam Hardy sich hier streckt? Was macht der hier? Dancen. Ich muss jetzt nochmal versuchen, da rüber zu jumpen. Achtuut! Leeroy! Hat nicht funktioniert. Ah, ich will hier raus. Ah, fast. Na ja. Warum gehen wir nicht hier raus? Machen wir jetzt mal auf dem Weg. Da wo ich auch reingebackt bin. Kann man da raus? Ja, da bin ich auch reingebackt. So, da müssen wir lang. Das ist das sicherste Versteck aller Zeiten. Oh oh, ich darf fahren. Oh, da müssen wir doch gar nicht lang, oder? Wir müssen doch gar nicht mit dem Boot. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Ist das nicht im Fluss? Nein. Nö. Und das ist kein Just Cause hier. Kannst nicht mit dem Boot an Land fahren. Fluss der Leidenschaft. Aber das ist Dead Island. Hier kann man das auch. Echt? Hier ist ein Geher. Da hat er eigentlich nicht Unrecht. Er hat schon Dinge mit dem Boot getan. Das hab ich nicht für möglich gehalten. Oh, Alter. Oh, Leute. Wie die Alte dich einfach weggestoßen hat. Ist Sam Bee einfach umgenockt, ey. Was ist das denn? Da ist ein Schläger. Ja, block mich bitte mehr, Pascal. Ja, du hast mich auch voll geblockt. Oh Mann. Das Stärkengeräusch. Das war das Kotzgeräusch. Oh. Wollen wir ja mal keine Tatsache machen. Guck wie ich den abwerfe. Ey. Du hast meine Brechsteige weggeworfen. Ich weiß. Alter, ich will jetzt einen Jump Kick reingemacht, ja. Muss ich mich erst mal heilen, ey. Ey, der nimmt dir nicht genug Geld mit. Oh, was hab ich denn jetzt mitgenommen? Hinfällige Universal-Axt. Okay. Ich will auch mal sowas haben wie René hat, ey. Das ist richtig geil. Hier kommen drei... Ja, du hast diese krasse Machete. Die ist einfach ultra-okay. Ja, die kann nur ich haben. Ich hab... Ich hab ne Machete, die Gift macht und Naxx die Gift macht. Also... Ich die einfach alle wegschnetzel. What the fuck war das denn jetzt? Das war mal ne Giftmine. Deine Mutter ist ne Giftmine. Was die alles schon ist, ne? Nach deinen... Die ist ja echt alles, ey. Die ist schon einiges, ey. Die ist echt so eine hinwärsige... Hinwärsige... Hinfällige Universal... Aua! Hüffchen, wer ist da? Das ist wieder ein fettes Schwein. Alter, die ist voll krank. Alter, die Alte macht mich platt. So, jetzt aber. Und auftreten. Na los. Wie ich abgeflammt hab. Wir hatten doch gerade 50.000 Damage gemacht. Ich nicht. Weil ich hier draufgetreten bin. Wo ich hier war, oder was? Ja. 50.000 Schaden? Ja, das... Wonderte wie immer. Helden ist ein Boot. Boat. Wie kann man denn auch auf den Baum rauf? Boat. Scheiß, ich bin runtergefallen. Boat. Das ist noch ne Wasserleiche. Lass mal mit dem Boot die Wasserleiche umfahren. Oh fuck. Komm. Wollt ihr auf mich warten? Weil ich bin grad gestorben, weil ich in so ein Haus reingegangen bin und da ist irgendwas explodiert. Komm. Steck halt ein, Junge. Da. Hey. 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 Wir machen die doch mal ab. Die machen mich kaputt. Hier. Das sind so viele. Das sind vier Stück oder so. Ey. Das ist doch viele Stück, ey. So easy going. Du bist echt ein Bastard, ey. Ja, du steigst halt nicht ein. Da kann ich ja nichts für. Du musst kurz anstehen bleiben. So jetzt so. Warte mal. Warte mal. Warte mal stehen bleiben. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, kann losgehen. Nee, ich hab's abgewehrt. Geil. Ist gar das abgetrieben. Abortion erfolgreich. Ja. Kann du nicht coal Rand aufь? Oh, oh, das war überhaupt nicht in unserer Route, weißt du? Der Wünschelroute. Fischfood! Witzig, weil die ist Asiaten. Sind wir hinten irgendwie an Land? Was sagt ihr dazu? Glaub schon, warte mal, ich guck mal auf die Karte. Ist mir egal, ich mach's einfach. Ne, 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 wir müssen ja nicht an Land, wir müssen unter der Brücke durchfahren. Äh? Äh? Ist unter der Brücke durchfahren, dann. Los geht's. Alter, ich bin gleich tot. Ich auch, Alter. Alter, hast du gesehen? Gass hier. Ja, dieses Schiff hat für den schlechten Metro Boost. Die Musik wird ganz mysteriös. ja hier vorne wo die Wasserlage ist, da müssen wir an Land Big Mamas Haus steht da Big Mamas Haus 2 davon liest du auch glaub ich im dritten Teil, oder? Keine Ahnung Aua, ich werd gehauen, ich werd gehauen, wer hat mich denn? Bei mir ist grad dieser Selbsttöter da, der Petard, der ist gerade gestorben Ich weiß, weil ich hingelaufen bin, den weggetreten hab gegen die Wand und wenn die gegen die Wand fliegen, dann kriegen die immer extra Schaden und dann platzen die einfach Alter Button Pitchart ey Das kann doch nix totkriegt ey, what the fuck Ja ich hab halt irgendwie gar keine gute Waffe Wie viel Damage macht deine Waffe? Deine Harpune macht 1000 Was für ne Harpune? Ach die hast du gar nicht eingesammelt? Tja Ja der eine Schuss ey Den, ne, den Schuss kannst du immer wieder aufsammeln Kritschaden mach ich 2000 ey So hochgegangen Aber da sind Löcher, über die man rüberspringen muss, das kannst du doch gar nicht Warte Bin ich jetzt aber gespannt Ach quatsch, ersten Versuch Ja sicherlich, ich bin Profi Skater, Seiler Meiler 7 Okay, was machen wir hier eigentlich? Willst du mir nicht ne Pumpe holen? Oh, das ist nicht nur ein bisschen Zur Tat Soll, wir haben uns gegenseitig in der Luft weggeblockt Schon wieder tot, das kann aber echt nie wahr sein Wenn ihr einfach nichts aushält, ne? Ich bin halt nicht so fettes Schwein wie du, ich bin so ne zähliche kleine Asiatin Vorne der Stelle, wie so ein Oktopus. Ja, die können eigentlich... Jetzt hab ich festhalten. Aua! Ja, mach doch mal weg den Homo. Er kriegt jetzt erstmal bisschen Gestank und Kotzerei, dann geht's ab. Weil ich den weggesnackt hab. Wie groß der ist. Das war doch kein Mensch vorher. War ein paar Skull. Ja, wenigstens bin ich nicht so ein kleiner Motherfucker wie du. Ich bin ja richtig klein, ey. Mann, bin ich klein. Michael, lass uns die Pumme noch mal hin, wie wir auch noch was da rumlooten. Ich hab richtige Komplexe wegen meiner Größe. Da hinten liegt ein Bauplan. Ein Blauplanplan wie. Blauplan, weg hier. Was heißt denn das? Reißclawen-Mod. Reißclawen-Mod. Scheiß. Wer will denn so ein Drecks-Blauplan? Das Tonfa? Alter, da brauch ich voll viel viel. Ich brauch mal ne neue Waffe, die ich verbessern kann. Ich hab so viel Geld. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Hätten sie den jetzt voll verbessert? Beschickte Gegenstände, dann muss ich das mal reparieren. Da. Was ist denn der Quatsch jetzt? Das macht immer noch voll wenig Damage. Ich hab doch noch mal ne andere Machete. Hab ich die weggeschmissen? Wahrscheinlich. Warte, ich hab jetzt nen genagelten Tonfa. Das ist irgendwie so ein Pokémon. Essing-Ring, was ein Schrott. Guck mal hier alter René, da kann ich ja richtig schön mit Nägel in einen rein nageln. Briss mal lieber nen Generator. Das ist ne Schwerpumpe, kein Generator, du Spasti. Guck mal, was ich davon halte. Oh Gott, nein. Oh nein, die Schwerpumpe. Warte mal, wie hoch kann ich die werfen? Warte, geht's hier schwer. Warte. Warte, warte, warte. Die kannst du da so richtig drin platzieren, so richtig professionell. Jetzt leiden die einfach mit. Hammer geil. Jetzt können wir sogar schwer pumpen, während wir auf dem Boot fahren. Er wird vergewaltigt. Sam B. macht das. Warte, wir müssen mal anhalten, ich wurde rausgezogen. Wo kommen wir denn her? Warte, kommen wir von hier? Mann, warum machst du denn nie das Quicktime-Event? Von zweiter Fahrt. Das ist doch gut, das ist einfach. Da muss man immer den gleichen Kopf drücken. Ja. Ne, ich dachte man hat nur eine Chance, deswegen. Ach Ne, welche Emotionen du ausschüttest. Ach, du voll aber. Wo hast du eigentlich die schöne rote Krawatte her? Deinem Kleiderschrank. Und denn aus meinem? Nein. Da sitze ich doch nachts immer drin. Was sagst du als hübsche Asiatin? Ne, ich als hässlicher Typ. Haha. Wie ihre Arme sich bewegen, wenn sie so lenkt. Das ist doch schlecht. Hast du was gegen meine Arme oder was? Ja. Ja. Herr Georg, der Neher hat schon Sachen mitgemacht, da würdest du gar nicht wollen wissen. Sicher. Guck dir doch mal seinen stumpfen Blick an. Um so leere Augen zu bekommen, ne. Da muss schon einiges passieren. Aber wie berechnet das die ganze Zeit? Was soll die Scheiße? Oh. Ich bin voll Profimäßig gefahren, ey. Dachtest du, du könntest den Berg hochfahren, ne. Ich bin die Frau, ich muss die Schwerpumpe tragen. Guck mal, ey Georg, guck mal von der Seite wie René das trägt. Ich trag das jetzt immer so. Pumpt damit mal. Pumpt damit mal ein bisschen. Pumpt damit höchstens Piss. Guck mal, wie er von vorne geht. Renn mal vorhin und René muss mal hochgucken dabei. Das hat 2800 Schaden gemacht. Das war mein Tritt. Das ist ne Lüge. Ja. Ey, what the fuck. Bei mir wird Havix main angezeigt und bei Quillik fand es nur so ein Geldsymbol. Und sein Gesicht wird nicht angezeigt. Quillik ist einfach nur Geld für mich. Ja, was hier so trage. Ja, was hier so trage. Ja, was hier so trage. Easy. Ey! Was ist denn die Schwerpumpe los? Du musst damit erstmal ein bisschen pumpen, Junge. Oh Mann ey. Alter, hier ist unser geiles, sicheres Quartier. Mach mal die Schotten auf. Wenn Hardy auch nicht geschützt ist. Das ist einfach so geil. Wenn man denen das so in die Fresse wirft. Oh Gott ey. Ja ok, ich bring die Pumpe schon weg. Wir doch gar nichts. Irgendwo ist meine Harpune hin. Back. Komm, du musst doch da hinten rein, Mann. Los jetzt. Los jetzt. Ja. Ja, ich hab hier noch 22 Sprengminen. Ja, was ist geil, was machst du jetzt? Komm rein hier und drüge Scheiße hin, du Vollidiot. Wie aktiviert man überhaupt die Sprengminen? Ey, da müssen Leute rüber laufen. Genau. Wie erbrangst da, dass jemand in die Luft jaß. Äh, dann muss sie das denn jetzt abgeben, auch hier. Gleich da. Wo diese virtuelle Superpumpe steht. Oh. Wie punkte die jetzt? Verwüstener schottischer Langdorch. Geil. Hongdong Silver, wa? Ja. Wer hattet ihr nochmal die geilen scharfen Waffen? Ah, die Schafe Zoe, natürlich. Wer denn sonst? wie viel macht das schottische lang durch 390 Fiese, dir bei mir leckst du gerade ein bisschen. Er lügt. Leckt aber dir nicht? Er leckt. Ein bisschen. Woran leckst du denn? Warum ist das beschädigt, weißt du? Der schenkt mir was und ist kaputt. So. Ach, immerhin. Oh, der Schott ist lang durch, ist ganz schön cool. Kann ich ja auch noch modifizieren. Ich hab 42 Sprenglinen. Das ist geil, würdest du bitte in die Quest die Hände trinkern. Kann man die nicht stinken? Hm. Was in den Quest? Ja, mach ich. Wo bist du denn? Was reden die denn hier alle überhaupt? Ach, schau dir die Pumpe an. Hey, das ist eine alte Rusky-Maschine. Wir hoffen, dass die Kommis wussten, was sie waren. Upgrade. Bereite das Verteilzentrum vor. Okay, was zu hören. Mal sehen, was er kann. Oh man, das nächste Upgrade kostet so viel Geld. Boah, ist das eine alte Kille weg. Wo kommen denn jetzt auf einmal die Schläuche her? Wollte ich auch nicht. Versammelt euch, ist unser Plan. Oh, da vorne. Jetzt sollten wir bei Hardi mal zumachen. Der. Noch nicht. Töte alle Monster. Muss erstmal meine neue Machete auswählen. Ach ja. Schill ich erstmal ein bisschen. Da vorne. Oh. Müssen wir jetzt irgendwas machen? Ist das doch irgendwie safe hier, oder nicht? Ja, irgendwann kommen die doch durch. Wollen wir mal einen Propangas-Tank da rüber werfen? Kann ich nicht drauf schießen. Ja. Georg, hast du nicht ne Schusswaffe? Ja. Warum nicht? Das ist doch logisch. Wie im Mächtenleben. Oh nein. Die sind durchgebrochen. Alter. Der. Wo man ordentlich macht. Wow. Das ist mal ein Schusswaffe. Das ist so ne Schlampe. Was mache ich hier? Okay. Spassi. Da geht er down. Aua. 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 Oh hier gab es grad Zeitlupe. Mann ist das krass. Das hat Georg davon geilen Stecker. Wie ist mit Sam Hardy reden? Water. Wie kostet? Nein. Eigentlich hab ich nur die Minen. Ich seh das da unten links. Den Hardy reden. Was? Einige der schwarzen Schäden an Bord haben den Crash überlebt. Aber ihre Wehren könnte passieren. Geh da oben und siehst was ihr zu salvagen. Aha. Bereit jetzt für die Verteilung der Mission. Spalthammer kriegt man da. Alter kriegt man Spalthammer für. PS lag bei mir voll. Was lag bei dir? PS. Und komm hier so schnell wie du kannst. Ja. Bei mir nur bei Georg einmal. Bei mir tut die ganze Zeit. Kann sein dass der Server grad ein bisschen in die Knie gegangen ist. Suchen nach einem abgestürzten Helikopter. Da waren wir schon mal. Wo seid ihr denn überhaupt hingelaufen? Im Boot. Ich mach grad nen Burnout im Wasser. Müssen wir denn mit dem Boot fahren? Ich hab noch nen Inboot gesehen. Was? Wait what? Warden. Hilf Megan. 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 Alter. Fertig. Ihr könnt doch aus dem Boot schlagen. Ja. Aber nicht als Fahrer. Nur als Megan. Alter die machen mich platt. Alter die haben mich geplättet. Ich auch. Megan hat gesagt ich krieg alles was ich will. Geil. Ey weg hier. Ich krieg alles von Megan. Ey. 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 Ey packen wir Megan nicht an. Was ist du da Georg? Meine Mutter. Uh. Ach Gott ey. Da ist grad chips bang. Hab ja doch gesagt. Ist da schon die ganze Zeit, glaube ich. Ach immer nur klauen ey. Was ist denn da los? Warum krieg ich denn nicht mal ne geile Waffe? Klauen. Wolltest du wohl klauen? Oh, scheiße. Alarm, Alarm. Wir springen hier runter. Hier ist eine schöne Lektüre. Eine schöne Lili ist da vielleicht. So, und dann weiter geht's beim nächsten Mal. Was? Ja, es ist schon vorbei. Vorbei, vorbei. Irgendwelche abschließende Worte, René? Du, der Hände im Busch. Es ist ein Demon Samurai. Ich bin hier runtergefallen. Guck dir mal an, wo ich bin. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Nee, mach ich nicht. Okay, dann. Du.